Herzlich willkommen zur Republika 14, die achte Republika im Jahr 2014. Mein Name ist Philipp Banser. Wie auch im letzten Jahr und in den vergangenen Jahren werden wir von der DCTP Interviews machen mit Speakern, Gästen und morgens und abends so einen kleinen Vorausblick und einen kleinen Rückblick. Und den ersten Vorausblick und Überblick über die Republika 14 mache ich heute mit Andreas Gebhardt. Ganz herzlich willkommen, Andreas. Guten Morgen. Mitorganisator der Republika. Ihr erwartet irgendwie 6000 Gäste, glaube ich. Gib doch mal so einen inhaltlichen Überblick. Was sind die Highlights? Naja, Highlight auf jeden Fall, dass wir schon gestern zusammengekommen sind. Also wir haben ja ein Pre-Opening gemacht. Das heißt, das Republika-Gefühl hat sich schon eingestellt. Das ist, glaube ich, schon erstmal das eine Wichtige. Das andere Wichtige ist, dass wir wieder, wie im vergangenen Jahr, super viele spannende Sprecherinnen und Sprecher hergeholt haben. Wir haben fast 50, 50 Frauen und Männer auf der Bühne. Das ist für so eine große Konferenz mit 500 Sprecherinnen eine ansehnliche Leistung. Wir haben über 150 internationale, also englischsprachige Talks, sodass man also auf drei Bühnen parallel international zugucken kann. Und wir haben ja so viele Bühnen wie nie. Also in der Spitze haben wir, glaube ich, passiert auf 18 Bühnen was. Und das ist natürlich der Hammer. Das heißt, man verpasst 17. Und wir haben aber, auf unserer Webseite kann man das sehen, halt einerseits ein Livestream der Hauptbühne. Wir werden über Nacht schon ganz viele Videos von sechs, sieben Bühnen halt online stellen. Und als Highlight denke ich auch, wir streamen live alle Bühnen als Audio-Stream. Das heißt, hinterher kann man es sich als Podcast anhören, aber man kann wirklich jede Session mithören, sodass wir nochmal in der Breite das Publikum vergrößern können. Was sind denn so die inhaltlichen Highlights? Also jetzt gleich sind die Yes-Men da. Was habt ihr noch so für inhaltliche Highlights? Naja, also es ist schwer, den einen oder anderen rauszupicken. Heute wird auch Bianca Jagger zum Beispiel sprechen zum Thema Menschenrechte. Das ist sicherlich ein großer Schwerpunkt überwachtes Netz. Einerseits Menschenrechte, wie geht das zusammen? Das wird ja häufig noch unabhängig voneinander gedacht. Da werden wir sicherlich sehr, sehr viel machen. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich, die Bandbreite der Themen so abzudecken, wie wir das in den Vorjahren auch versucht haben. Also so viele Themen wie möglich. Schön ist, dass wir heute zum ersten Mal die Media Convention mit an Bord haben. Das ist ja ein großer Medienkongress, wo wir so ein bisschen alte Medien, neue Medien verknüpfen. Interessant, dass es eigentlich noch nötig ist, aber wir machen das heute. Was macht ihr da? Was ist da inhaltlich? Da gibt es zwei große Bühnen, die zusammen mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg und anderen Partnern sich mit dem Thema Bewegtbild insgesamt beschäftigen, aber eben auch Konvergenz und wie Medien neu zusammenkommen. Und das findet zum ersten Mal statt. Da sind wir ein bisschen nervös, wie es klappt, aber ich glaube, es wird cool. Dann gibt es noch etwas, das nennt sich GIG. Was ist das? Ja, das Global Innovation Gathering. Da sind schon aus, ich glaube, 30 Ländern, Schwerpunkt Afrika, aber global, Vertreter von Organisationen, also Blogger, Leute, die Projekte machen, Maker und Hackspaces machen, kommen da zusammen hier in Berlin, haben wir letztes Jahr gestartet, und tauschen sich aus über ihre Projekte, wie sie da herangehen. Und da gibt es einmal einen Stand, wo ganz viel Hands-on gearbeitet wird, und draußen gibt es eine Lounge, wo es noch so kleine Talks gibt, wo man die Leute kennenlernen kann, wo man, naja, so ein bisschen in die Szene halt reinschnuppern kann. Tolle Geschichte. Ist auch ein bisschen neu, dass es nicht nur Talks und Zuhören gibt, sondern auch so ein bisschen Machen und Basteln, oder? Genau, also wir haben auch so einen Space eingerichtet, wo man sich Sicherheitstechnologien angucken kann und ausprobieren kann. Wichtiges Thema eben auch im Rahmen unserer Subkonferenz überwachtes Netz, dass man die Leute enablt, selber was zu tun, weil es hat ja immer was mit Aktivwerden zu tun, und das bedeutet für seine eigenen Geräte und in der Gesamtheit. Motto ist Into the Wild. Was verbindest du damit? Na ja, was liebgewonnen ist, wie das Netz, die digitale Welt, hat sich in den letzten zwölf Monaten dramatisch verändert. Es ist wieder zur Wildnis geworden, und diesen Spannungsbogen wollten wir so in dem Motto rüberbringen, dass es halt eben nicht mehr so ist, wie es vorher war, aber wir müssen trotzdem ran, und deswegen Into the Wild, und das ist, denke ich, eine schöne Metapher für alles, was da ansteht. Andreas, ganz herzlichen Dank, du musst los zur Begrüßung. Ja, das mache ich. Danke euch erstmal fürs Zugucken, bleibt dran. Hier bei DCTP TV gibt es einen Livestream mit unseren Interviews hier, aber dann eben auch auf der Republika-Seite sowohl ein paar Interviews, die wir hier machen, als auch die Livestreams von der Republika 14. Bleibt dran, bis später, ciao.